Moin Leute und herzlich Willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr mit OBS Studio Stream Labels einbinden könnt. Stream Labels sind Texte, die sich automatisch aktualisieren. Also nicht irgendwie fest, selbst festgeschriebene Texte, sondern wirklich Textpassagen, die sich selbst aktualisieren. Aber was für Textpassagen sind das genau? Ich rede von zum Beispiel den letzten Follower oder der letzten Donation, den letzten Bits, die ihr bekommen habt. Das könnt ihr mit Stream Labels anzeigen. Wir benutzen dafür diesmal Tippi Stream. Es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel Streamlabs oder ihr könnt das Ganze über verschiedene Bots auch machen. Aber wir benutzen jetzt Tippi Stream und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also einmal rüber zu OBS Studio und los geht's. So, wir beginnen jetzt als allererstes bei Tippi Stream. Und zwar müsst ihr euch auf www.tippi-stream.com anmelden und dort verlinkt ihr euch einfach mit eurem Twitch-Konto und dann kommt ihr aufs Dashboard. Das ist hier oben. Ich öffne das jetzt nicht. Das sind meine privaten Daten zu sehen. Das wollte ich euch nicht zeigen. Sobald ihr da seid, geht ihr hier links auf Top and Last. Wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr auf diese Übersicht. In dieser Übersicht könnt ihr nun Labels erstellen. Wir wollen jetzt ein Label erstellen, was uns den letzten Follower anzeigt. Wir können auch die letzten fünf Follower nehmen. Mal schauen. Wir machen jetzt erstmal hier Last Follower als Namen. Dann können wir das Ganze schon mal speichern. Und wir haben jetzt, wenn wir die Seite neu laden, auf der linken Seite ein neues Widget. Wir können ja auch immer weitere Widgets hinzufügen oder halt Stream Labels. Aber dieses Stream Label, das wollen wir jetzt bearbeiten. Und zwar können wir hier nun auswählen, für welchen oder welches Event dieses Stream Label aktiv ist. Und das ist Followers. Wir wählen Followers aus und können nun sagen, in welcher Reihenfolge. Wir wollen immer die neuesten haben. Time Range. Time Range bedeutet, wenn ihr hier zum Beispiel Current Session habt, dann nimmt er nur die Leute, die euch seit dieser Current Session gefolgt haben, auf. Wenn ihr Forever nehmt, oder nehmt, dann nehmt er halt ab dem Zeitpunkt, wo ihr startet mit diesen Stream Labels, wirklich über den ganzen Zeitraum immer die neuesten Follower. Wir nehmen Forever. Hier zeigt er nun an, wie viele wir anzeigen wollen. Wir wollen jetzt, sagen wir mal, die letzten fünf Follower anzeigen. Und hier kann man das Ganze noch merchen. Group the donations according to the E-Mail-Address of the Donator. So, also für Donations. Wir brauchen das Ganze, wir lassen das, brauchen das nicht, wir lassen das Ganze auf Bindestrich. Jetzt kann man noch ganz viel machen. Man kann hier die Geschwindigkeit anpassen. Man kann auch anpassen, wie das Ganze sich bewegen soll. Man kann hier zum Beispiel Scroll Down machen. Man kann sagen Fixed to Left. Da passiert einfach gar nichts. Wir nehmen einfach mal die Standardanimation Scroll to Left. So. Und nun ist für uns interessant dieser Block Follower's Item Text. Hier haben wir einen Platzhalter. In Brackets ist Name. Und zwar wird hier automatisch dann der Name des Follower's eingebunden. Und hier könnt ihr nun noch einen freien Text einbinden. Jetzt steht es Following. Ihr könnt aber auch einfach nur folgt oder folgt uns eingeben. Und das wird dann immer dahinter gesetzt. So. Damit können wir das Ganze erstmal speichern. Und wir haben die Grundeinstellung unseres Stream Labels fertig. Nun wollen wir vielleicht noch etwas an der Farbe ändern. Oder an dem Fond. An der Schriftart, die verwendet wird. An der Größe. An der Dicke. Das können wir hier alles ändern. Wir können zum Beispiel jetzt erstmal sagen, wir wollen einen anderen oder eine andere Schriftart auswählen. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal Open Sans. So. Jetzt sieht das schon mal ganz anders aus. Ich finde Open Sans aber nicht so schön. Was haben wir denn noch? Man kann hier übrigens auch eigene Schriftarten hochladen. Das seht ihr. Hier habe ich meinen zum Beispiel. Wir nehmen einfach mal meine Schriftart, die ich hochgeladen habe. So. Jetzt haben wir das Problem, dass die Schriftart nicht ganz reinpasst. Dann nehmen wir lieber eine Gegebene. Wir nehmen Anton. So. Anton sieht doch lustig aus. Anton nehmen wir. Wir lassen das Ganze bei einer Schriftgröße von 25. Wir können jetzt noch die Dicke ändern. Aber ich finde, die Schriftart ist an sich schon dick genug. Wir ändern jetzt nochmal die Farbe. Gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir mal ein schönes Orange. So. Das passt auch zu meinem Overlay. Das können wir machen. Ihr könnt jetzt hier noch mehr machen. Also ihr könnt ja auch noch ein Shadow einbinden. Gucken wir mal, was das Ganze sieht. Da sieht man jetzt, da wird einfach ein Schatten dran gelegt. Das lassen wir auf Standard. Ich würde sagen, unser Widget ist so super. Das können wir so verwenden. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch in den Stream einbinden. Und das machen wir nun wie folgt. Sobald ihr mit den Einstellungen fertig seid und gespeichert habt, nehmt ihr hier unten diesen Link. Embed Link. Den brauchen wir. Den müsst ihr kopieren. Jetzt ist er in der Zwischenablage. Und wir können weitermachen. Wir wechseln jetzt einmal rüber zu OBS Studio. Und dort binden wir unser Stream-Label nun ein. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet mit meinem Overlay. Ich habe hier einfach ein Background-Image genommen. Ich wollte jetzt kein echtes Spiel einbinden. Wie gesagt, in den anderen Videos, die ich gemacht habe, da habt ihr es ja schon gesehen, wie ihr das Spiel richtig einbindet. Nur damit es schöner aussieht. Und wir wollen jetzt unser Stream-Label einbinden. Und zwar wollen wir das ja hier oben machen. Was müssen wir jetzt erstmal tun? Wir gehen hier unten bei Quellen auf das Plus-Zeichen und wählen Browser-Source aus. Hier geben wir jetzt ein Last-Followers. Zum Beispiel. Und hier tut ihr jetzt einfach den Link einbinden, den ihr eben in die Zwischenablage kopiert habt. So, jetzt könnt ihr hier noch eine Höhe, eine Breite, FPS-Anzahl. Ihr könnt hier CSS noch hinterlegen. Das ist an sich, können wir das erstmal alles auf Standard lassen und gehen nun auf Shutdown-Source, when not visible. Ganz wichtig, wenn das ausgeblendet wird, soll das herunterfahren und soll keine Ressourcen vom PC verbrauchen. und Refresh Browser, when seen becomes active. Das wollen wir auch machen. Ganz einfach aus dem Grund, wenn diese Szene, in der dieses Label eingebunden ist, aktiv wird, wollen wir, dass das Label aktualisiert wird. Im Endeffekt ist das ja ein Browser, den wir hier einbinden über diese Web-Adresse. Und er soll das Ganze einmal aktualisieren, wenn es eingeblendet wird. Damit können wir sicher sein, dass wirklich auch die neuesten Daten angezeigt werden. Wir können jetzt nochmal den Page-Cache löschen und dann können wir auch loslegen. Dann drücken wir auf OK. Und schon habt ihr hier super euer Stream-Label und könnt nun anfangen, damit zu arbeiten. Ihr seht, ist ja irgendwie blöd. Das passt ja alles gar nicht. Jetzt müssen wir das Ganze zurechtrücken. Und zwar gehen wir dafür wieder auf unsere Quelle. Eigenschaften. Nun schauen wir mal, dass wir das Ganze richtig anpassen. Wir gehen jetzt erstmal auf eine Höhe von 200. So. Das ist auch noch wesentlich zu hoch. Jetzt spielen wir uns da einfach mal ein bisschen ran. Sagen wir mal 60. Breite können wir auch schon mal anpassen. Die machen wir mal auf 300. Und dann tasten wir uns langsam ran, dass das Ganze passt. Das passt immer noch nicht ganz. Müssen wir noch einmal beigehen. Dann sagen wir, okay, die Höhe machen wir mal auf 45. Und die Breite tickt noch weg. Machen wir mal auf 280. So, jetzt sieht das doch schon mal besser aus. Jetzt können wir das Ganze hier platzieren. Und schon haben wir unser Stream-Label im Stream. Ihr seht nun, das Ganze funktioniert. Das Ganze rattert immer schön von rechts nach links. Und sobald jetzt jemand euch folgt, würde das Ganze aktualisiert werden und automatisch auch der neueste Follower hier mit drin sein. Er zeigt jetzt halt die letzten fünf Follower an. Damit haben wir ein Stream-Label eingebunden und können das Ganze verwenden. Ja, wie macht ihr jetzt nun weiter? Ihr wollt ja natürlich auch weitere Stream-Labels hier vielleicht noch einbinden oder ihr habt noch ganz andere. Im Endeffekt ist der Prozess immer der gleiche. Ihr geht auf Tippy-Stream, erstellt ein Stream-Label oder ein Widget, macht dort die Konfiguration, die ihr braucht, sprich zum Beispiel jetzt für das nächste Mal Subscribers oder Donations, Cheers. Passt alles an. Wenn ihr fertig seid, kopiert ihr den Embed-Link Fügt ihn als neue Quelle in OBS ein, passt das Ganze in Größe und Breite an, schiebt es an die richtige Position und schon seid ihr fertig. Ja, das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ihr könnt euren Stream noch schöner gestalten. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020